Jetzt gehts weiter, jetzt gehts weiter, 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 zack. Jo, meiner auch. Dann habe ich noch viel zu downloaden, mein Vettel-Field, um viel hochzuladen mit CUT. Oh, meine PC wird heute Abend richtig arbeiten müssen, ja, da haben wir ein Stück. Wie ich morgen wach werde, ist alles fertig. Oder wie ich morgen wach werde, ist alles noch am Laufen, so, zack. Oh, mein Router ist ausgelutscht, der ist dann explodiert. Ne, überhaupt keine Ahnung, mein Vettel mehr, weißt du. Weißt du, wie ich morgen noch Devisions kriegen und alles, so, nein. Ja, das wäre echt geil. Ich habe immerhin ein gutes Gefühl, aber ich sage lieber noch zu laut. Der steht halt unterwegs, aber das ist immer so eine Sache. Ja, das ist scheiße, aber das wäre drei Wochen Spielwert. Ich bezweifle, dass wir das gesuchteln wie VOT. Ich bin einfach, weißt du, ich bin eigentlich ein Hardcore-Ego-Shooter-Fan und ich zocke VOT momentan mit Leid und Seele, Mann. Deswegen wird das in Battlefield sehen, Alter. Wenn ich mich wieder eingespielt habe, dann rotze ich alles weg. Wir müssen den auf der Karte markierten Bereich erobern. Ausrücken! Ja, warte ab. Warte ab, wenn die Film rauskommt, Alter. Das wäre ein Spiel, was wieder richtig gesuchtelt wird. Erster Weltkrieg, kann ich mir so Porno vorstellen. Ey, schieß mal einfach eben bei den Ehen. Lied los! Ja, ich habe nichts getroffen. Was denn? Du bist ein Vogel, ey. Ich habe Schiss. Warte mal, wenn ich schummeln habe, dann wir weiterreden, genossen Kamerad. Battlefield Edworn installiert. Night Operations. Boah, geil. Ich habe gleich schon alles runtergeladen. Ja, genau. Weißt du? Ich habe gleich ein Stück, ey. Warte, ich habe gleich perfekte Ziele. Der darf jetzt nur nicht losfahren. Du bist so ein Arschgeficktes Submo manchmal. Ja, ich muss erst mal nachladen, du Arsch. Ich habe zwar gesagt, dass du geschossen hast. Der Stewart, der macht mir Sorgen. Der macht mir Sorgen. Warte, bleib stehen. Ah, Marder. Da, der VK, lasst den Platz machen. Es lädt. Es lädt. Konzentriere dich auf diese Stelle. Geschütz frei. Ah, da brannte er. Das hat sie dir nicht ausbredet. Good night. Ich habe ein Verschisser gleich und zwar von der nächsten Seite, so der wird es bei dir machen. Äh, von der rechten. Oh, der kommt immer näher, das gefällt mir nicht. Kümmern sich nur um die Flagge. Ich schieße es einfach, Alter. Man kreist da immer. Boah, Fliebstremper widert hier als LV. Ah, geil. Das ist einfach so. Der Kreis, weißt du, der geht dann immer auf, auf, auf. Dann schießt du irgendwann einfach. Du hast Bock mehr, das zu warten. Dann bummst du, dann auch noch so eine Sau. Ja, genau. Neh mal die Flagge ein, Marder. Gute Idee. Boah, der zerlegt, Alter. Wir sollten sich mal mehr hierhin fokussieren. Auf diese Stelle konzentrieren. So, dein, ja, wir auch. Um uns am Arsch zu retten. Aber auch die. Hier, VK. Ah. Ja, ja, jetzt, jetzt macht er Fehler. Feuer. Komm in den Motor. Nein, es geht voller neben. No, sauber. Hehehe. Oh, komm, nach schneller nach. Bitte, 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 no. Jetzt, jetzt, pass auf. Daneben. Scheiße. Ha ihn weg. Ich bin dabei. Schussbereit! Schönen Ketten am besten. Warte, ich kann auch da schießen. Ah, ich schieße schon mal. Ah, die Kette beschädigt, das war halt. Scheiße. Ja, komm fahr, du blöde. Schnell drauf. Schöne Ding. Was haben wir da? Medium, falls du triffst. Ja, falls dein Kreis schon ist, drück dich. Oh, meiner hat es wieder ganz aufgegangen. Leck mit dem Arsch. Nein, jetzt wieder weg. Drecksack. Boah, das ist so schön getroffen. Das stimmt. Oh. Jetzt musst du gucken. Oh, ihr Drecksäcke. Guck mal, der hat einen Volltreffer gegeben. Der wird sowas von geknackt. Was fahren die denn alle so blindlings vor? Sind die besoffen oder was? Boah, sauber. Was haben wir denn da hinten schönes? Ah. Wir kriegen ja auch nix mehr ab, wa? Die wrecken ja alles, das ist der Wahnsinn. No. Ja, ich auch. Jetzt haut ihn doch weg. Ja, erstmal Sperrfeuer, ja. Stell dir mal vor, du schießt dir jetzt einfach blind irgendwo hin und du triffst ihn einfach. Das wäre, glaub ich, das absolut liebeste, was es geben würde. Was ist das hier eigentlich, Schläger? Beschädigen sie fünfmal die Motivode oder verletzen sie den Besatzungsmitglieder in das Gegnerfahrzeug? Ich wüsste gerne, ob ich ganz oft die Besatzungsmitglieder getroffen hab. Hab ich aber nicht. Ja. Ja. Ja.